Wann brauchst du denn bitte Minecraft Sachen ab? Wann spielst du überhaupt Minecraft? Jetzt? Ja, aber abgesehen von jetzt. Hä? Hast du gelogen? Lügst du deinen Zuschauer an? Ja. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Skyblog zusammen mit Johnson. Hallo. Letzte Folge ging bei Johnson Online, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Erster Link in der Beschreibung, falls ihr sie nicht gesehen habt. Ich habe auch viele Sachen gehört hier. Ich habe jetzt einen Shader drin, weil Johnson mich gerade daran erinnert hat. Ich habe das Hypixel Skyblog-Texture-Pack endlich drin. Oh, das habe ich nicht drin. Oh, wie schlecht du bist. Nein, haben mir auch Leute in die Kommentare geschrieben. Nein, nein. Warte mal. Schlag mich mal mit dem Schwert. Das geht kaputt einfach. Bei mir nicht. Was? Meinen sie schon voll kaputt gegangen davon? Junge, meinen sie, yo, das ist schon halb Schrott. Was ist das überhaupt? Ich will das nicht kaputt haben. Doch. Wir fangen direkt an. Ganz wichtige Sache. Der Minion, Johnson. Der Minion. Wir müssen ihm einen Namen geben. Ich habe hier die Top-Comments noch auf. Es gab eigentlich nur zwei, was den Namen angeht mit Top-Comments. Das erste war Tim ist besser. Gefällt mir gar nicht. Und der zweite war Colby. Aber ich würde sagen, wir nennen den vielleicht Tim. Weil Top-Comment war Tim ist besser. Und wir haben gesagt, wir nennen den Top-Comment. Aber ich nenne den bestimmt nicht Tim ist besser. Ja, und das Beste ist, der zweite Top-Comment ist von einem Typen, der Tim heißt. Von daher dachte ich, passt das ganz gut. Ich habe gerade hier einfach mal drei Stakes Cobblestone von dem kleinen Lüschwörer. Ah, was soll ich jetzt damit? Gesnackt, baue ein Haus. Okay. Du gehst farm und ich baue ein Haus. Wir sehen uns dann in zwei Folgen wieder, okay? Bis später. Wir haben noch diesen Weed-Minion. Was war unsere Mission? Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Stimmt. Wir wollten zu farmen, oder? Pass auf, wir hatten unseren Birkin-Minion gesetzt. Und wir wissen übrigens immer noch nicht, ob der abbaut oder ob der einfach nur... Oh doch, er baut ab. Der baut auch ab? Guck mal hier in die Chess rein. Guck mal rein. Jo, es ist so dunkel hier. Lass in die City gehen. Das ist heller. Oder wir brauchen Fackeln. Warte, ich place eben Fackeln auf unserer Insel. Ich habe kurz vergessen, wie man Fackeln macht. Mach mal bitte Minecraft-Tutorial, wie man Fackeln erstellt, Junge. Ich weiß es nicht, Mann. Leute, schreibt es in die Kommentare, wie mache ich Fackeln... Oh, noch ein Skelett. Bam. PvP-Action. Was bin ich da gefahren, Mann. Was machst du denn hier? Was sind das für Random Fackeln? Ja, du musst die gut placen, Junge. Die sind gut geplacet. Ne, ich habe die Hälfte wieder abgerissen jetzt hier. So. Das finde ich fies. Ne, das muss eine hübsche Insel sein hier. Das ist die Swagger Insel 1, 2, 3. Geben wir der Insel auch einen Namen. Ich komme. Ich bin unterwegs. Ich erscheine. Es laggt irgendwie dezent. Du bist oben wieder bei mir? Hier ist eine Kiste. Es haben sich Leute in die Kommentare geschrieben, dass hier unten eine versteckte Kiste ist, die wir uns verspürt haben. Ah, aber da ist hier ein Trash drin. Was soll ich denn damit? Cobblestone Generator, oder? Wir haben den Cobblestone Minion, Junge. Wir haben Tim. Tim arbeitet schon für uns. Lass uns zur Farm gehen. Lass mich zu blöd hier. Die Kiste lassen wir da. Das ist ein Secret. Das bleibt da für immer jetzt. Okay. Das ist unser kleines Secret. Oh Gott, es laggt wieder. Oh, das geht sogar nicht. Oh, jetzt doch nicht. Oh, lag. Hilfe. Oh Gott, wie sehen die FPS hier aus? Ah, hm, 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mein PC ist zu schlecht. Wir laufen ein bisschen, okay. Cut dich nicht raus, Junge. Das ist Uncut. Let's Play. Das Uncut. Du, du schneidest ganz viel. Ich schneide einfach gar nichts. Ja? 20 Minuten an einem Stück. Finde ich geil, ey. Da freuen sich bestimmt auch so eine lange Folge. Ist doch super. Guck mal, ich... Ja, ne? Ui. Ui. Aber wir mussten hier rüber, doch. Oder nicht? Wir mussten auch wieder hier rüber traveln. Aber warte mal, haben wir irgendwas vergessen? Ne, wir mussten einen Weed Minion machen und dann weiß ich nicht mehr was. Und dann, ach, Wolle an den Karpel zu vergeben. Guck mal oben. Ja, aber wir hatten auch bei der Farm was. Komm mit. Vertrau mir. Okay, okay, Moment. Ich kommt nicht. Ich muss gerade mal ein bisschen Weed abhaben. Okay, ich auch. Leute, ist das zu dunkel? Schreibt das mal in die Kommentare. Oder geht das mit dem Shader? Ich hab natürlich auch zur Auswahl hier den... Den muss ich aber mal zeigen. BSL Ultra. Der ist natürlich so... Yo, klau doch nicht mein Weed hier. Der ist natürlich super geil. Dann ist immer alles unscharf, wo man gerade nicht drauf guckt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen too much. So, wenn man hier so hinguckt, dann... Das sieht aber schön aus, wenn man auf was drauf guckt eigentlich. Aber, nee, ich mach wieder den anderen rein. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd damit. Ja, guck mich an. Ich bin immer scharf. Ja, egal mit welchem Shader. Du musst mit dem Farmland reden hier. Hallo, äh... Was hat er gesagt? Okay, ich krieg Brot. Damit kann man den, äh, hier seinen Minion für zwölf Stunden schneller machen. Krass, ne? Ja, gecraftet extra. Letzte Folge noch, Junge. Aber warum hast du ihn nicht gesetzt? Hä, wieso denn Sätze? Wo denn? Wir haben doch gar keine Farm. Ja, die hätten ihn machen können bei uns. Ja, ich hab den ja immer noch. Und dann hätt ich ihm den ja nicht mehr zeigen können. Aber ich glaube, ich muss ihm den zeigen. Ich weiß es nicht genau. Kannst du mir vielleicht auch einen geben, weil, äh, also den geben, weil dann hab ich die Challenge auch nicht mehr. Du, das jetzt nicht? Ja, nee, ich hab immer noch die Challenge. Hier, bitteschön. Ja, aber ich glaube, du hast die dann trotzdem noch, oder? Weil du nicht gecraftet hast. Ich hab den letzten Part alle Ressourcen gegeben zum Craften. Da kann ich nichts für, Johnson. Hä? Mann, Mann, Mann. Wer hat dir für das Ganze Kohle gegeben letztens? Ja, und dann musste ich nochmal nachdenklich Kohle farben, weil ich nicht genug Level hatte, Mann. Hä? Was? Was? Ich hab dir den wieder hier hingekloppt. Wo? Ich lass den jetzt liegen. Wo denn? Ich lass den eiskalt liegen. Da. Ganz ehrlich. Ach, Junge, du kannst dich meinen Minion liegen lassen. Das ist Tim 2. Hallo? Wie ging der eigentlich noch? Wie crafted man den eigentlich? Weiß ich nicht mehr. Weil du kannst es auch nachgucken. Du brauchst eine Wooden Hoe und dann ganz viel Weed. Oh, ich hab einen Carrot Minion Recipe bekommen. Ah, ich krieg dir halt alles, Junge. Ich spiel das ohne dich durch. Koop ist vorbei jetzt. Ich merk's klar. Leute, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Und zwar haben ganz viele uns angeboten, dass wir Stuff von denen haben können. Sehr nett auf jeden Fall. Ehrenmänner. Aber wir wollen erstmal keinen Stuff annehmen. Wir wollen natürlich erstmal alles selber erkunden und selber erfahren und so. Und wenn wir dann den ganzen Stuff von euch bekommen, dann wär das ja ein bisschen wie Cheaten. So, wisst ihr? Also die wollten mir auch so OP-Rüstung geben oder sowas. Irgendwie Larpis-Rüstung, glaub ich, oder so. Dann denk ich mir so, yo, dann kann ich ja überall schon durchrushen. Das ist so, wie wenn du so einen MMO spielst. Und du hast schon die beste Rüstung und kein Mob macht dir Schaden. Wo ist denn eine Herausforderung? Ich weiß ja auch grad gar nicht, was ich genau machen muss. Jetzt muss ich irgendwie irgendwelche Tiere abschlachten hier. Ich mach einfach alles. Ich mach einfach das Linkstick-Spam. Ich hab jetzt nur die ganze... Also ich hab jetzt einen Minion gemacht. Und das war's dann jetzt irgendwie auch. Ja, jetzt musst du wieder hier hin. Also ich bin schon ultra weit, Junge. Ich versche Level 100. Was? Level 100? War das denn was? Klar, insgesamt Gaming-Level. Game Experience. Nee, keine Ahnung. Wir werden die heftigsten Minions haben. Für zwölf Stunden. Junge, die farben wir ja alles weg. Ich will die Tiere töten. Und die kommen mir an und sammeln das auf. Johns, wir haben ein Problem. Wir... Oh, das hat aber mit einem anderen Video zu tun. Ich spreche es jetzt trotzdem an, weil sonst vergesse ich das. Eigentlich durfte ich mir eine Bestrafung für dich ausdenken auf der Gamescom. Das haben wir vergessen. Oh, stimmt. Ja. Das haben wir vergessen. Ich hab das Video aber auch noch nicht geschnitten. Das war ja... Ich hab das aufgenommen. Ja, du hast es aufgenommen. Leute, wir haben für Johns'n extra so ein Video aufgenommen, was er unbedingt vor der Gamescom noch aufnehmen und hochladen wollte, damit wir uns eine Bestrafung auf der Gamescom für den Verlierer ausdenken können. Und er hat es nicht mal geschnitten. Einmal mit Profis arbeiten, Mann. Also ich hätte das schon längst geschnitten. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich hätte das schon längst geschnitten. Ich hätt's einfach Uncut hochgeladen. Ach so. Ich bin ja bekannt für meinen Uncut-Content auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich. Nichts, dass ein Zombie oder so. Wow, das klingt jetzt wie ein Front. Kannst du nicht einfach andere YouTuber fronten in meiner Aufnahme, Junge? Ich krieg Beef. Entschuldigung, ich dachte, jetzt kannst du den Namen in den Titel reinschreiben. Ja, soll ich jetzt deswegen Zombie in den Titel schreibe? Jo, klickt, aber jetzt kann ich. Mir hat das schon jemand in den Kommentaren geschrieben, dass Skyblock jetzt geklaut ist von Zombie. Ja, das hab ich auch gesehen. Das ist ein Minigame, Mann. Das ist wie, wenn ich jetzt Bad Wars spiele und Leute schreiben so, keine Ahnung, Yo, German Let's Play hat früher auch mal Bad Wars gemacht. Das ist aber geklaut. Bad Wars gab es schon. Ich dachte mir so, Junge, was ist los? Mann, du willst einfach nur Spaß haben in Minecraft und du meinst, ich klau. Nur weil ich ein Minigame spiele. Dann spiele ich halt Roblox, aber das haben auch schon Leute gespielt. Was soll ich denn let's playen dann, Mann? Wer, mir fällt jetzt interessanterweise kein YouTuber in der Roblox gespielt hat. Mir fallen ganz viele ein. Oh, okay. Ja. Willst du dir auch sagen? Dann kannst du den Titel schreiben. Klar, ich glaube, Dr. Banks macht Roblox. Wie heißen die anderen Leute alle? Aerosol? Wer macht denn noch Roblox? Keine Ahnung. Leute, das können die jetzt in die Kommentare schreiben. Welche YouTuber spiele alles Roblox? Ryan Cole hat auch schon Roblox hochgeladen, tatsächlich. Ja, ganz, ganz viele. Logo auch, da war ich dabei. Haben wir Roblox Battle Royale gespielt. Schon ein bisschen länger her. Kannst du mir mal gerade sagen, wo ich Melonen und Pumpkins herbekomme? Ich stehe irgendwo auf den Feldern. Ich mache dich mal lauter, glaube ich. Das hat mich letzten Part gestört. Du warst so leise. Aber ich habe dich gerade schon lauter gemacht. Aber beim Farben war das Farben jetzt so laut. Ich musste irgendwie ein neues Level erreichen, aber tue ich irgendwie nicht. Oder es dauert zehn Jahre irgendwie. Das ist Kacke. Blöder Modus. Ich mache uns mal so eine Farmingkiste, okay? Ach, du hast uns ja eine Farm gemacht. Krasser Typ, Alter. Ich weiß, wofür ich den bezahlt habe. Krasser Typ, Junge. Richtig heftig. Aber jetzt steht dir so einfach rum. Wir müssen unsere Insel irgendwann erweitern, sodass wir so eine Farm haben und dann Häuser. Was? Mal ganz stupide Fragen. So sorgen wir das eventuell mal? Weil ich meine, für Videos ist das echt ein bisschen lame, glaube ich. Sollen wir jetzt mal in einem Livestream machen oder so? Die Farmen, die Insel erweitern. Ja, genau. Wie wir ein Haus auf die Insel bauen und so. Aber erst mal question, Junge. Griten. Willst du eine Abstimmung im Video machen? Ob man das im Livestream machen soll? Ja. Das vergesse ich doch. Leute, stimmt jetzt oben rechts ab. Sollen wir das Ganze mal in einem Livestream machen, wenn wir hier ein Haus bauen oder sowas? Oder eher nicht. Oder in einem Bangio halt. Genau. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, das einzufügen. Mann, Johnson, was soll denn das? Jetzt muss ich auch noch an was denken. Entschuldigung, ich kann es auch nicht in Arbeit haben. Siehst du aus, ob ich ein Gedächtnis habe, Mann? Ich gucke mir das Video direkt an. Vergiss es doch selber. Und schrei, ja. Ja, wenn du es dann gesehen hast, das Video, dann bringt mir das auch nichts mehr, wenn du so nachträglich sagst, jo, Ryan, du hast die Abstimmung übrigens vergessen. Die Flotte haben jetzt wahrscheinlich das Video gesehen. Ja, so. Ja, Ryan, ich habe vor drei Tagen dein Video gesehen. Du hast die Abstimmung vergessen. Ah, cool. Johnson, wir haben wieder ein Problem hier. Erzähl, welches Problem? Ich bin wieder auf der Insel oder war auf der Insel. Jetzt bin ich wieder in der City und ich habe ja keine Orientierungssinn. Ich brauche dich eigentlich. Ich finde die Farm nicht. Oh, komm schon. Ich habe nicht aufgepasst. Muss ich bei der Karte lang oder andersrum? Sorry, go. Dann kannst du dich auf der Gamescom nicht verlaufen, so wie Tabea. Ey, auf der Gamescom... Hat sie sich verlaufen, ne? Ey, auf der Gamescom hatte ich guten Orientierungssinn, Junge. Ich war jeden Tag da. Nachher kann ich die Hallen wie mein eigenes Haus. Das ist alles. Yo, stell dir vor, alle, die Gamescom-Hallen sind mein Haus. Geil, wer das denn? So, als würde so ein Mini-Stand, oben, zum Beispiel in Halle 10.2, waren ja so ganz kleine Stände. Da kostet ja so eine Standmiete bis zu 1000 Euro oder so. Was meinst du, wie ich mein Leben finanziere? YouTube läuft nicht mehr. Ich zahle alles durch die Gamescom-Stände. Genau, die gehören jetzt alle dir. Ja, hab die alle gekauft. Deswegen läuft auch nicht mehr. Ich habe die ganzen Stände gekauft. Ich habe kein Geld mehr, man. Mann, ich mache dich noch mal lauter hier. Das triggert mich, dieses Abbauen, das ist so laut. So, bitte schrei mich jetzt nicht an. Ich hätte dich direkt wieder leiser gestellt. Du stehst jetzt bei mir auf 0. Du standst vorher auf minus 6. Oh, what? Wie leise. Deine Stimme ging mir auf die Nerven, Alter. Spaß, Spaß, Spaß. Oh, wie viel. Wie gemein. Ja, wenn du schreist, dann instant minus 12. Ryan, wieso redest du mit dir selber? Nee, nee, Johnson ist noch mit dabei, aber den hört man halt nicht. Ey, die Leute, die farmen hier einfach alles von meiner Nase weg. Das gibt's gar nicht. Ach, du bist das neben mir. Spaß. Ich finde das geil, wie das Video im Prinzip jetzt, die ganze Zeit ist, wie ich Linkstick auf Weizen mache. Das ist das ganze Video. No joke. Ich lass das so. Das ist lustig. Das ist Entertainment Weizen abbauen. Leute, habt ihr auch schon mal Weizen abgebaut? Oh Gott, ich hab das voll vergessen. Leute, wenn ihr auch schon mal Weizen abgebaut habt, dann lass doch gerne mal ein Like da. Ich liebe den Handschuh. Ich auch, aber ich vergesse den immer zu nutzen, wenn ich mit anderen Leuten aufnehme. Weißt du, dann rede ich und muss ja mitten drin unterbrechen und diesen Handschuh anziehen und alle denken sich immer so, äh, Ryan, bist du auch ein bisschen auch da? Geht es denn noch weiter? Vor allen Dingen alle, als würdest du so mit voll vielen Leuten aufnehmen. Schon mit allen aufgenommen, Junge, mit allen. Mit allen. Kennst du PewDiePie? Den hab ich erst groß gemacht. Ich hab jetzt ein bisschen geswitcht hier. Ich werd gerade gerufen. Warte mal kurz. Johnson, verlasst du mich in der Aufnahme? Was ist da denn los? Beef mit Johnson? Deswegen hab ich Streit mit Johnson, Leute. Ich muss ganz viele Titel einfach nennen, die ich jetzt hier machen kann. Ich baue jetzt einfach ganz entspannt hier Kübisse und Melonen ab. Dann habt ihr ein bisschen Abwechslung, was den Content angeht. Ach ja, vielleicht soll ich mir einen anderen Aufnahmepartner suchen. Leute, was meint ihr? Schreibt jetzt in die Kommentare. Vielleicht gibt's irgendjemanden, der verlässlich ist. Langsam wird's ein bisschen einsam. Johnson, komm wieder! Dann bauen wir jetzt halt Karotten ab. Jo, klau mir die doch nicht! Ich versuch hier zu entertainen. Ich steh mich jetzt in die Ecke und weine, bis Johnson wiederkommt. Es tut mir leid. Ja, was soll denn das? Ich steh schon in der Ecke und bin am weinen, Mann. Frechheit. Ich hab gerade schon gesagt, die Leute sollen mal gucken, ob ich einen anderen Aufnahmepartner suchen soll. So jemand, der, weiß ich nicht, zu verlässlicher ist. Aua. Ja? Hey, ich hab mir extra Zeit gemacht für heute Abend. Mann, Mann, Mann. Ja, und gestern konntest du nicht! Komm her, komm her, eins, 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 eins. Schleck mich mit der Karotte. Schwert geht... Oh Gott, das Schwert ist gleich kaputt. Schon wieder? Ah, nee, jetzt ist es wieder komplett heilgerekt. Aber ich hab Angst, dass das dann verbuggt ist und wirklich kaputt geht. Ich will jetzt noch Farming Level 5 heben. Ich glaube, es wird eine längere Folge. Ich will noch das Level erreichen. Ja, ich glaube, ich werde bei mir... Also, ich werde bei mir auch so viel rauscutten. Haha, ich nehm gerade gar nicht auf. Aber ich werde bei mir... Ich würde bei mir das Ganze da auch rauscutten. Damn, ich nicht. Ich finde das entertaining. Uncut. 20 Minuten Farmen. Geil. Hey, das ist geil, Junge. Das ist oldschool Minecraft-Feeling. Ich baue hier gerade einfach Sachen ab. Weißt du, wie cool? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich baue in Minecraft ständig Sachen ab. Ich nicht, ich spiele mir nur Bad Wars. Achso, das stimmt ja. Ich baue hier Sachen ab. Ja. Wann baust du denn bitte Minecraft Sachen ab? Wann spielst du überhaupt Minecraft? Jetzt? Ja, aber abgesehen von jetzt. Ha? Hast du gelogen? Lügst du deinen Zuschauer an? Ja. Nice. Da steht, Johnson lügt seinen Zuschauer an. Achso, ich dachte, wer schon... Johnson verlässt einfach die Aufnahme. Achso. Ne, ich habe vorhin schon auch ganz viele Titel genannt, als du weg warst. Sowas wie Beef mit Johnson, deswegen haben wir Streit oder irgendwie sowas. Da können wir beide ein Statement-Video am Ende noch machen. Oh ja, bitte. Wo man es wieder fett versöhnt. Ja, geil. Dann komme ich nach Münster gefahren, nur um dich zu umarmen. Kriege ich einen Versöhnungskuss? Ja, auf jeden Fall. Nice. Ziel erreicht. Okay, Gabe, komm, wolltest du noch nicht. Da war ich noch schüchtern, Mann. Ich hab's geangeboten. Da war ich noch schüchtern, okay? Ich wusste noch nicht, wie ich zu dir stehen soll, aber jetzt weiß ich Bescheid. Junge, jetzt war no joke, was will ich mit Weizen? Hier kriegt man eh keinen Hunger, oder? Stimmt. Was soll ich denn mit dem Essen hier? Junge, wir haben eine Essensfarm, wir haben Melonenkürbisse. Was soll ich mit dem Kürbis? Soll ich den aufsetzen, oder was? Oh mein Gott. Nee, den setze ich wieder auf. Ich hab eh keinen Platz frei. Ich glaube, jetzt mit dem Kürbis rum. Irgendwofür muss der ja gut sein. Das sieht komplett kack aus. Man sieht nichts. Shader drin, es ist dunkel, und ich hab den Kürbis auf. So, man sieht gar nichts, Leute. So, ich hab gleich. Jawoll, Junge, Farming, Level 5 erreicht. Mushroom Desert. Ist das hier noch? Uh, ja, das ist da oben. Du kannst da oben rein, aber ich brauch noch ein bisschen. Zack, zack. Ja, ich geh da nur hin, guck mir den an, und dann war's das auch schon, Leute. Dann war's das. Da haben wir schön gefarmt, und dann bin ich happy, dann bring ich noch mein Stuff vielleicht ganz kurz weg, und dann verpügel ich dich in den nächsten Part bei dir. Oh Mann. Immer werde ich geschlagen. Klar, dazu bist du hier. Ist auch wieder nur so eine Farming-Sache hier. Gut, wir gehen mal zurück zu meiner Insel. Bei einer Insel, Leute. Jo, die ist aber schon voll unsere Insel. Tut mir leid, tut mir leid. Unsere Kiste ist voll. Soll ich was wegschmeißen? Das ist auch fast. Ich schmeiß mal so ein paar Seals weg, oder? Leute, wenn ihr wisst, was ich damit, was wir damit anstellen sollen mit dem ganzen Stuff hier, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich hab auch schon keine Ahnung. Vielleicht bringt das auch nichts. Ich weiß es nicht. Aber ich würde erst mal sagen, danke fürs Zusehen. Jetzt muss ich den Handschuh wieder anziehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Schaut doch bei Johnson vorbei. Da kommt der nächste Part. Kommt, hab ich gesagt. Da kommt der nächste Part online, Leute. Und ja, das war's. Johnson, hast du noch Abschlussworte? Ich bin immer noch am Farmen. Es ist echt belastend, Leute. Nice, ey. Viel Spaß beim Farmen. Dankeschön. Vielleicht gibt es bei dir auch eine nette Farming-Folge. Das wird super. Okay, ciao.